So, moin moin. Das nimmt jetzt schon auf. Die Kamera sieht lustig aus, schau mal. Wir laufen gerade zum Trainingsplatz, ne, Kenneth. Gefrühstückt haben wir schon, Besprechungen haben wir auch schon hinter uns. Und jetzt machen wir Mannschaftsfoto. Haare sind da. Nee, Mist, fühl nicht. Janik Heitel, SC Freiburg. Mannschaftsfoto, hey. No, hey, what's up, what's up. Wenig abgeschlossen, später noch Mobi Stabi, aber nichts mehr auf dem Platz. Jetzt geht's ins Kältebecken. Echt kalt. Unser Chefkoch, bester Mann. Hier haben wir schön Obst. Damit es uns allen natürlich gut geht. Ich gehe jetzt an die Tischtennisplatte. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So, zu Ende ausgeruht, trainieren. Bleißig, bleißig. Athletiktrainer hier, der uns immer umbringt. Das ist immer wieder ein Scheier. Die Sonne geht langsam runter. Deswegen endet der Tag jetzt auch hier. So, moin moin. Das nimmt jetzt schon auf. Die Kamera sieht lustig aus, schau mal. Wir laufen gerade zum Trainingsplatz, ne, Kenneth. Gefrühstück.